Wie können Sie diese zwei Punkte zusammensetzen? Na, die Frage vom Bruder. Wir lesen im Koran, dass Allah Azzawajal über die Gläubigen sagt, er wird sie so lange prüfen, bis er die Gläubigen oder die Wahrhaftigen von den Lügnern trennen kann. Und in anderen Ayat lesen wir, dass Allah Azzawajal der Altwissende ist. Gibt es hier einen Widerspruch? Absolut nein. Wenn Allah Azzawajal sagt, liebe Geschwister, wenn Allah Azzawajal sagt, dann werden wir sehen, wer die Wahrhaftigen sind und wer die Lügner sind. Das ist nur eine Ausdrucksweise, die in Verbindung mit den anderen Ayat verstanden werden muss. Allah Azzawajal sagt im Koran, wa Allahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Und Allah, er hat euch allesamt erschaffen und das, was ihr tut. Das heißt, wenn wir eine mehrdeutige Ayat haben, dann führen wir diese mehrdeutige zurück auf die eindeutige Ayat, damit wir keine Fitna in unseren Köpfen bekommen. Allah Azzawajal ist der Altwissende. Er weiß, was am Anfang der Schöpfung war, was jetzt ist und was am Ende der Zeit sein wird. Das ist sein Allwissen. Und hätte er nicht dieses umfangreiche Wissen, dann bräuchten wir ihn nicht zu führen. Dann bräuchten wir ihn nicht zu fürchten. Aber weil Allah Azzawajal Allwissend ist, wie er uns sagt, Alim und Hakim. Er ist nicht nur Allwissend, er ist auch Allweise. Das heißt, jede Sache, die er erschafft, erschafft er mit seiner Weisheit und mit seinem vollständigen Wissen. Allah Azzawajal. Eine zweite Frage. Eine Person hat uns das vorhin gefragt, weil die erste Ayat, die herabgesandt worden ist vom Koran, weil ihr Koran ist im Rappi Kallal Jichalach. Aber diese Sure, in der sich auch diese Ayat befindet, ist nicht am Anfang. Und der Bruder hat uns gefragt, warum ist das eigentlich so, dass diese Ayat und diese Sure, die eigentlich als erstes offenbart wurde, nicht am Anfang des Koran steht. Und wer hat das so bestimmt, dass es jetzt genau an dieser Stelle steht. Also ziemlich am Ende des Koran. Das erste, was dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam offenbart worden ist, als er in der Höhle war, Sallallahu Alaihi Wasallam, waren die Worte, Lies im Namen deines Herrn. Aber wir wissen, Sura Al-Alaq ist zum Beispiel die Sura 96. Warum ist sie nicht die erste Sura? Weil auch so die Offenbarung begonnen hat. Weil der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, als er die Offenbarung empfangen hat, so hat Allah ihm dabei geleitet, in welcher Rangordnung dieses geschrieben steht. Also der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat das quasi definiert. Richtig. Und passt auf, der Koran ist nicht in der Reihenfolge herabgesandt worden, wie wir ihn heutzutage in den Händen halten. Denn, wenn wir anfangen, dann ist die Sura Al-Fatihah. Danach kommt die Sura Al-Baqarah. Danach Sura Ali Imran. Dann Nisa. Und dann? Al-Na'ida. Wollen wir weitermachen? Auf jeden Fall, diese ersten Sura, die längsten Sura, sie beinhalten meistens Gebote. Sie beinhalten was? Meistens Gebote. Aber der Islam ist nicht so herabgesandt worden. Der Islam kam erstmal, um die Herzen der Menschen zu erweichen. Und später kamen die Gebote. Denn ein Mensch wird niemals empfänglich sein für die Gebote, wenn er nicht ein Glauben im Herzen besitzt. Und so sagte Aisha, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, sie sagte, wäre das Verbot über die Siddach, das heißt den unehelichen Geschlechtsverkehr und über den Alkohol, über das Verbot von Alkohol als erstes gekommen, so wären die Sahaba, die Gefährten ihm davon gelaufen. Ich habe eine Sache nicht ganz verstanden, weil der Koran ist ja als Buch, also nach dem Tod des Propheten zusammengefasst worden. Richtig. Aber mit der Anleitung des Propheten. Also der Propheten hat quasi, bevor er gestorben ist, schon gesagt, zum Beispiel Sura Bachara ist die zweite Sura. Sura Yunus ist die zehnte Sura. Also er hat die Zahlen halt gut. Passt auf, versteht das richtig, liebe Geschwister. Der Koran wurde gesammelt. Und er wurde auf verschiedenen Dingen geschrieben. Auf Palmblättern, auf Tierhaut, auf Steine, auf Baumblätter, auf alles wurde dieser Koran geschrieben. Und das, was wir heute vorfinden, ist natürlich, wir haben heute Papier, das gab es damals nicht in der Art und Weise. Deswegen, der Prophet, Mohammed, hat die Leute angeleitet, wie sie schreiben. In einer Überlieferung bei Imam Ahmed, Rahmatullah Aleyh, sagte er zu einem Gefährten, sprich oder schreibe alles auf, was ich dir sage, denn von meiner Zunge kommt nichts als Liebe. Das heißt, er hat ihn angeordnet, das aufzuschreiben. Und dieses wurde festgehalten. Und der Koran im Gesamten wurde schon in der Zeit vom Propheten Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, angekündigt, dass er vollständlich ist. Wir haben eine Überlieferung, dass der Prophet Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, wenn ihr in das Land der Nicht-Muslime reist, dann nehmt nicht was mit dem, dem, dem Koran. Das heißt, er war vollständlich. Wallahu ta'ala, ala wa ala. Na, mit Fadda. Du hast vorhin gesagt, dass ein Muslim, nicht jeder Muslim ist ein Mohammed. Richtig, nicht jeder Muslim ist ein Mohammed, richtig. Ein Muslim, der zum Beispiel jetzt seine Seckerzeit, seine Gebete macht, aber er sündigt den ganzen Tag. Ja. Habe ich das dann richtig verstanden? Du hast dann gesagt, das ist kein Gläubiger. Weil er, auch wenn er den ganzen Tag sündigt, kann er ins Paradies kommen. Na, der Bruder sagt, wie ist die Sache mit dem Muslim? Mal angenommen, ein Muslim betet, fastet und so weiter und so fort. Wie ist das? Auch wenn er den ganzen Tag sündigt, können wir ihn als Gläubigen beschreiben? Allah azzawajal sagt, Es ist nicht nur der vollständige, oder es ist nicht der bloße Glaube, dass ihr einfach eure Gesichter Richtung Osten wendet, oder Westen wendet, um das Gebet zu verrichten. Das heißt, das Gebet alleine, sondern vielmehr besteht der wahre Glaube darin, dass ihr richtig an Allah glaubt. Ich will dir ein Beispiel geben, damit du das verstehst. Zwei Leute beten nebeneinander, hinter dem Imam, in einer Moschee. Sie sagen dieselben Worte, der eine ist im höchsten Paradies, der andere im tiefsten Höllenfeuer. Was ist der Unterschied zwischen ihm und ihm? Haben Heuchler gebetet in der Zeit des Propheten? Haben sie mit ihnen den Dschihad vollzogen? Das heißt nicht, dass die äußerlichen Taten ein Beweis dafür sein müssen, dass man mu'min ist. Die wüsten Araber sagen, wir sind Gläubige. Allah sagt, nein, vielmehr seid ihr Muslime. Wenn das Wort Imam und Islam in einem Kontext zusammen vorkommt, dann hat jedes seine eigene Bedeutung. Kommt aber nur das Wort Islam alleine vor, oder das Wort Imam alleine vor, dann bedeutet es die gesamte Religion. Okay? Aber das heißt nicht, dass ein Muslim ein Mu'min ist. Denn er kann beten, er kann fasten, er kann gute Taten machen. Aber was ist es für ein Gläubiger? Deswegen habe ich gesagt, wir bewirken uns die Taten. Ich meine, einer betet, danach geht der Drogenverkauf. Jetzt ist das ein wahrhaftiger Muslim. Er betet jetzt zu Allah, er sagt, Leite uns den geraden Weg. Dann geht er raus und verteilt die Tütchen. Was hat er denn verstanden von dem, was er gesagt hat? Oder geht es nicht besaufen? Nein. Denn der Muslim, er lebt nach der Rechtleitung. Ich sage nicht, dass derjenige, der ein Muslim ist und seine Pflichten macht, aber er sündigt viel, dass er ein Kerl für ist. Nein. Bei Allah, nein. Aber ist er ein Gläubiger? Das ist eine Frage. Meine Frage bezieht sich auf die Überlieferung, dass Yom Kiyama, wenn die Waage aufgestellt wird, jemand mit 99 Büchern kommt, volle Sünden. Richtig. Und einen kleinen Zettel der Ilahe. Genau. Deswegen habe ich gefragt. Okay. Dieser Mann ist voller Sünden. Es gibt eine Überlieferung bei Imam Ahmed und sie ist sahih, dass ein Mann am Tage der Auferstehung 99 Schriftrollen haben wird. Auf ihnen ist verzeichnet all seine Sünden, die er gemacht hat. Dann wird Allah Azza wa Jal ihn fragen, haben dir meine Schreiber, bedeutet die Engel, Unrecht angetan, o Diener? Dann wird er sagen, nein, o mein Herr. Dann wird Allah ihn weiter fragen, hast du eine Entschuldigung für deine Taten? Er wird sagen, nein, o Allah. Dann wird Allah ihm sagen, hast du etwas Gutes bei dir? Etwas, was dir heute helfen kann? Dann sagte er, ich habe nichts. Allah wird dann befehlen, dass er eine Karte herausholt, worauf steht, la ilahe illallah, Muhammad, Rasulullah. Dann wird Allah Azza wa Jal ihn deswegen in das Paradies eingehen lassen. Heißt das jetzt, dass er nicht Feuer in das Höhenfeuer hat? Der Prophet Muhammad SAW sagte, wenn zwei Augen, und er beschrieb sie, zwei Augen, in einem Raum sitzen, und sie gedenken Allahs, und ihr kennt diesen Hadith über diejenigen, die am Tage der Auferstehung unter dem Schatten des Todes von Allah Azza wa Jal sein werden. Zwei weinende Augen. Sie weinen aus Furcht vor Allah in einem Raum. Der Prophet SAW sagte, sie werden das Höhenfeuer nicht berühren, bis die Milch zum Euter zurückkehrt. Richtig? Da wog ja eine Frage. Eine Person betet nicht, fastet nicht, und in einem Moment ist er schwach geworden und hat geweint. Alles? Der Prophet Muhammad SAW sagte, ein Mann, er hat etwas Schädliches vom Boden aufgehoben. Heißt das jetzt, du praktizierst deine Religion nicht, dann gehst du, siehst du etwas Schädliches am Boden, hebst du auf und dann kommst du ins Paradies? Ich will nur, dass jeder das richtige Verständnis hat. Das bedeutet nicht, dass eine Überlieferung die gesamte Religion erklärt, Achil Karim, sondern wir müssen die Überlieferungen zusammenbringen. Tatsächlich ist es so, ein Muslim, wenn er seine Pflichten macht, das ist schon mal gut für ihn. Bezüglich der Sünden wird Allah Azzawajal ihn abrechnen. Wenn es keine Sünden waren, die zum Schirk geführt haben, das bedeutet, Kuffer waren, Unglaube waren, oder Beigesellung zu Allah, dann kann Allah ihm vergeben, was er will. Allah wird es nicht vergeben, dass man ihm gegenüber andere Götter zur Seite stellt. Aber alles, was darunter ist, vergibt Allah, wem er will. Das heißt, mit anderen Worten, ein Diener könnte mit 500.000 Sünden zu Allah zurückkehren und Allah vergibt ihn. Ein Diener könnte aber auch mit drei Sünden zu Allah zurückkehren und Allah bestraft ihn. Wollen wir mal vor? Das ist die Sache von Allah Azzawajal. Aber wir können nicht sagen, dass eine Person den Glauben verstanden hat, wenn er betet und danach Drogen verkauft. Wenn er betet und danach die Leute betrübt. Wenn er betet und den und den beklaut und den und den beschimpft. Wo ist der Glaube, Yachim? Wo ist der Glaube? Der Glaube soll uns doch ändern. Das ist das, was von uns gefordert ist. Die Schwester fragt hier, ist die Scheidung, die aus Wut ausgesprochen wurde, gültig? Es gibt hier zwei Ansichten der Gelehrte. Manche Gelehrte sagen, sie ist nicht gültig. Und die anderen sagen, sie ist gültig. Die Gelehrten teilen dieses in drei Kategorien an. Einmal eine Person. Er war wütend. Aber er hat sich unter Kontrolle gehabt. Diese Scheidung ist in jedem Fall gültig. Ich meine, lasst uns mal ehrlich sein. Wer scheidet nicht in einem Moment des Zorns, okay? Habt ihr mal ein Ehepaar gesehen? Die haben sich zusammen hingesehen, gesetzt und gesagt, Schatzi. Und die sagt, Schatzi, Schatzi. Und dann sagt sie, hier bitte den Käsekuchen. Er sagt, ja, und hier den Mohnkuchen. Und dann essen sie den Kuchen. Und er sagt, ich wollte dir nur sagen, du bist geschieden. Habt ihr mal so eine Situation erlebt? Nein. Natürlich passiert das immer im Wut. Jetzt die Frage. Eine Person, der seine Frau scheidet, in einem Moment des Zorns, wo er wütend war, wenn er trotzdem bei Verstand war und er wusste, was diese Worte aussagen, was sie bedeuten, dann ist die Scheidung gültig. Aber, wenn er sie geschieden hat, in einem Moment, wo sein Verstand weg war, und tatsächlich eine Frau kann einen Mann dazu bringen, dass der Verstand wegfliegt, in diesem Moment ist die richtige Aussage der Gelehrten, dass dieses nicht gültig ist, weil er hier im Zustand von Rehraakil ist. Er ist nicht bei Verstand. Der Schrift wurde erhoben über drei Leute. Über wen? Über einen, der schläft, bis er aufsteht. Das bedeutet Schlafwanzler. Deswegen brechen manche, während sie schlafen, bei Edeka ein. Er sagt, ich weiß nicht. Dann über einen Verrückten, bis er wieder bei Verstand ist und und bis einer die Pubertät erreicht hat. Das bedeutet, wenn der Rehraakil nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dann bedeutet das, die ausgesprochene Scheidung, wenn er wirklich nicht bei Sinnen war, er war im Himmel, während er das ausgesprochen hat, ist sie nicht gültig. Und die dritte Kategorie ist klar, hier ist sie vollständig gültig, weil er darüber schon wusste, was er sagen würde. Na, wie gehe ich mit einer Schwester um, deren Mann ein Sufi ist? Sollte man diese Schwester meiden? Wir wissen nicht, ob sie auch diese Glaubensinhalte der Sufi sind. Nein, auf keinen Fall. Warum meiden? Bevor wir diese Schwester kennen, haben wir sie verurteilt. Auf keinen Fall. Sondern man erklärt den Leuten, wenn man das selber kann, die Glaubensinhalte vom Islam. Und natürlich unter den Sufis gibt es auch Stufen, liebe Geschwister. Es gibt welche unter den Sufis, die beten Gräber an. Die beten etwas anderes an außer Allah. Die sind Mushliko. Würde Allah uns bewahren. Dann gibt es aber Sufis, ich nenne sie mal so, Fetenjäger. Party, Mäuse. Die tanzen immer, die sind immer gut gelaufen. Okay? Diese tanzenden Mäuse. Es kann sein, dass sie diese bedauern machen. Richtig. Aber das heißt nicht, dass du sie deswegen meiden solltest. Nein. Sondern wir bringen den Leuten das Richtige bei, was Mohammed s.a.w. den Menschen beigebracht hat. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir das selber können. Wenn nicht, dann ist es nicht deine Pflicht, dir das beizubringen. Schützt euch und eure Angehörigen vor einem heißen Feuer. Erstmal schützt du dich selber, bevor du andere schützt. Nein. Wallah ta'ala. Darf ich als Frau in Deutschland, als Steuerberaterin arbeiten, vorausgesetzt, dass die Frau dabei von zu Hause arbeitet und nicht mit Männern in Kontakt kommt? Der Schwerpunkt liegt darauf, dass dabei das deutsche Steuerrecht zur Anwendung kommt. Und solche Fragen, schützt du. Ein Numbgaeter. Der be-Utayt ab du dieses Mahindabs wola nicht. Wallah ta'ala ha'la. War-ahla. Na, tefotr. Wallah arant was. Tefotr. Al- sąal. Manfalkalien. Ka dolly, an-. Allah subhanahu wa ta'ala ee yipiteln. Muehminn. Yipiteln. Ja. Beispiel für den Möhmen. Der Möhmen ist der Möhmen. Er ist der Möhmen. Was gibt es in der Möhmen? Was ist das, was das gibt? Was heißt er? Was ist das? Nein. Allgäß und Jell. Der Möhmen sagt, wenn er die Menschen ab und er will, Nämlich? Wurzelnut? tout es ist nothin regularer sich in ihrer Kirche. Nur über seinen Separat und begonnenen이에 Ablie estos. Das ist die Wahrheit von Allah. Aber der Kaffer, der Kaffer hat er Ehren? Nein. Frage ist er, dass er Ehren hat? Nein. Nein. Der Kaffer hat Ehren? Nein. Er hat Ehren in der Welt gesagt. Ah. Ich spreche über Ehren auf Ehren. Nein. Er hat Ehren in der Welt gesagt. Er hat Ehren. Ein Unterschied zwischen der Welt und der Akhirte. Selbst wenn der Kaffer hier, oder der Kaffer, wird die Gott erbaut. Und vielleicht werden die Erbauten erbauten. Aber diese ist die Erbauten, dass Allah, der Gott erbauten? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich habe mich nicht mehr als Schlimm. Deshalb, wie ich mich nicht mehr als Schlimm? Der Unterschied zwischen dem Miochten und dem Kaffir. Allah, was er sagt, dass er die Menschen in den Kaffir macht. Was er für Sie? Wie ist es? Ich habe gesagt, dass der Kaffir nicht mehr als Schlimm ist. Er ist nicht in der Kaffir. Er ist nicht in der Kaffir. Er ist nicht in der Welt. Wenn er gut als er ist, dann muss er sich um Gott. Das ist so. Wenn er gut als er ist, dann muss er sich um Gott. Aber er ist auf dem Weihnachten, was er ist? Ich habe das eine Frage, dass der Mütle im Armin ist. Also, dass der Mütle im Armin ist. Das ist eine Mütle im Armin. Das ist ein Mütle im Armin. Das ist eine Mütle im Armin. Das ist ein Mütle im Armin. Der Bruder fragt bezüglich der Angelegenheit, wenn ein Gläubiger geprüft wird in der Dunja. Ich habe ihm gesagt, wenn ein Gläubiger geprüft wird, Allah Azza wa Jal, er prüft die Gläubigen, wenn er sie gibt. Er prüft sie, um sie zu reinigen von ihren Sünden, um sie von allem Schmutz zu waschen. Weil wenn Allah ihre Seelen nimmt, dann möchte er sie sauber oder schmutzig zurückbringen. Oh du Seele, die du die Ruhe gefunden hast, kehre zufrieden zu deinem Herzen. Allah möchte die Gläubigen sauber zu sich wieder zurückbringen. So wie sie sauber auf diese Welt gekommen sind, sollen sie auch sauber wieder zurückgebracht werden. Aber wenn der Nicht-Muslim geprüft wird, wird er belohnt wie der Muhmin, der Gläubige auf keinen Fall. Hier ist ein Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen. Und wenn ihr den gesamten Koran betrachtet, von Anfang bis Ende, es geht nur um Iman, um Glaube oder Nicht-Glaube. Das heißt, was will Allah von uns? Dass wir glauben, dass wir gläubig sind, dass wir an ihn, subhanah, glauben und das tun, was er uns befohlen hat. Wie kann einen einen belohnen, der genau das geht, von dem Macht. Bist Allah, Azza und Jalein, befolgt. Und Allah, wa ta'ala, ala wa'ala. Na, tf. Na, tf. Der Bruder sagt, wie kann ein Gläubiger feststellen, ob seine Niya rein war für Allah bei der Tat. Wenn er ein schönes Gefühl dabei hat, Wallahi und wir erkennen das, leider haben wir nicht oft Ikhlas in unseren Taten, möge Allah uns Aufrichtigkeit geben, aber wenn wir diese Süßigkeit merken, dann merkst du, wie dein Herz anders tickt als sonst. Er sagt, es ist unabdingbar, es muss so sein, dass wenn ein Diener eine gute Tat macht, dass Allah ihm etwas Besonderes dabei spüren lassen muss, damit er weitermacht. Damit er weitermacht. Frage, wie war das Gefühl, als wir La Ilaha in Allah gesagt haben, zum ersten Mal in unserem Leben? Können wir das vergleichen mit heute? Antwort, nein. Allah hat uns eine Süßigkeit, Allah hat uns, und Michael weiß, worüber wir reden, Allah hat uns eine Süßigkeit gegeben, als Forschung, statt Guthaben. Und dann erst hast du gewusst, was wirkliche Glückseligkeit bedeutet. Und das siehst du daran. Guck mal, wenn die Christen missionieren, die müssen den Leuten Geld bezahlen, damit die ihre Religion annehmen. Bei uns lassen die Muslime Geld, Haram Geld, damit sie in diese Religion hineinkommen. Eine Frau in Libanon, sie war Schauspielerin. Ihre Tagesgage war 20.000 Dollar täglich. Ich meine, damit kann man ein paar Vollkornbrötchen kaufen, oder? 20.000 Dollar? Nein. Als Allah sie rechtgeleitet hat, hat sie gesagt, nimmt von der Dunia, was ihr nehmen möchtet. Ich habe meine Seele an Allah vertraut. Hat alles weggegeben. Warum bezahlen die Geld, um in den Islam hereinzukommen, die Muslime, und die anderen bieten Geld an, und trotzdem kommt kaum jemand zu dieser Religion? Weil das die Wahrheit ist, und das ist eine Lüge. Wir haben da uns bewahrt. Ich mache niemanden schlecht, ich rede nur über Tatsachen. Fakt ist, schaut mal. Die Moscheen sind voll. Ein Schech sagte zu einem Christen, er sagte zu ihm, wie oft findet bei euch Gottesdienst in der Woche statt? Er sagte, einmal die Woche. Ihr wisst, einmal die Woche gehen sie zur Kirche und verrichten ihren Gottesdienst. Dann sagte er zu ihm, der Schech, wie viele Leute sind zugegen, wenn ihr den Gottesdienst habt? Sie sagten, ehrlich gesagt, nicht viele. Und da seht ihr jetzt, in manchen Kirchen werden Boxkämpfe veranstaltet, damit die Leute kommen. Boxkämpfe und alles drumherum. Auf jeden Fall. Er sagte nicht viele. Er sagte, hast du dir nie einmal die Frage gestellt, der Schech? Guck mal, unsere Moscheen sind immer voll, obwohl wir fünfmal am Tag beten. Ob es regnet oder schneit oder die Sonne scheint, die Moscheen sind immer voll. Die müssen nur einmal in die Woche zur Kirche gehen und die Kirche ist trotzdem nett. Wir kommen fünfmal am Tag zum Gebet und schauen, die Moscheen reichen nicht mehr aus. Es beten so viele Leute am Freitagsgebet draußen. In England wird eine Kirche nach der anderen verkauft. Er ist derjenige, der seinen Gesandten mit der wahren Religion und der Rechtsleitung entsandt hat, damit er über alle anderen Religionen siege ist. Du hast vorhin die Liebe für Allah erwähnt. Wie kann ich, also kannst du uns ein bisschen genauer definieren? Die Liebe zur Schöpfung ist natürlich nur die Liebe zu den Schöpfern. Und es gibt auch die normale Liebe. Also man kann auch eine Kaffirah als Frau heiraten. Und natürlich liebt man sie, aber das ist die normale Liebe. Wie manifestiert sich die Liebe zu Allah? Wie ist die Liebe zu Allah Azza wa Jal im Vergleich zur Liebe zur Schöpfung? Erstmal sollte ein Muslim wissen, er sollte als Muslim nichts und niemanden lieben außer für Allah Azza wa Jal. Denn jede Liebe, die nicht für Allah ist, ist eine verbeudete Liebe. Und in Yawm al-Qiyama wird er das nachsehen haben. Ich habe eine Ehefrau. Wie kann ich sehen, ob ich sie für Allah liebe oder nicht? Du kommst nach Hause und deine Ehefrau, sie befindet sich in der Niederwerfung, während sie Allah ihren Herrn anbetet. Steigt deine Liebe zu ihr? Das heißt, du liebst sie für Allah. Du kommst nach Hause und du siehst, sie sitzt mit verdorbenen Frauen und sie reichen sich die Nagelfeile und feilen alles, was man feilen kann. Und bla 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 und nur Quatsch. Steigt oder singt deine Liebe zu ihm? Das ist die Sache. So können wir sehen, ob wir jemanden für Allah lieben oder nicht. Wenn dein Sohn ein schlechtes Wort sagt, steigt deine Liebe zu ihm oder singt sie? Sie singt. Aber wenn dein Sohn etwas vom Koran lernt, dann steigt deine Liebe zu ihm. Das heißt, deine Liebe ist immer verbunden zu Allah. Dein Bruder, wenn er spendet für Allah, dann steigt deine Liebe zu ihm. Aber wenn er ungerecht ist gegenüber anderen, haben sie auch eine andere Religion, dann singt deine Liebe. Das ist das Zeichen, wie du erkennen kannst, ob deine Liebe für Allah ist oder für dich selber. Wie können wir erkennen, dass die Liebe für mich selber ist? Du kommst nach Hause und deine Frau bringt den Kindern etwas Übles, Schändliches bei. Du sagst, ach, mach nicht, sie ist so süß, während sie das macht. Sei dir sicher, du liebst sie für dich selber. Nach vorne. Deine Frau macht sich lustig über die Religion. Und das ist heute etwas ganz Normales geworden. Du sagst, komm Schatz, möchten wir nicht in das Schlafzimmer gehen. Diese Liebe ist für dich und für niemanden. Möge Allah uns nur für Allah lieben lassen. Ich habe letztes Mal bei der Rutba gehört, es ging um das Thema Syrien. Da hieß es, wenn man nicht Dschihad mit dem Körper oder mit seiner Seele machen kann, sondern man es mit den Spenden, also mit seinem Geld macht. Kommt es auch die selben Stufe an? Also bezüglich des Dschihad, liebe Geschwister, in Syrien oder an anderen Plätzen, es ist nicht verpflichtend für jeden einzelnen Muslim. Aber verpflichtend für jeden einzelnen Muslim ist es, seinen Brüdern und Schwestern zu helfen. Und sie brauchen alles, was ein Mensch im Leben braucht. Hier ist es deine Pflicht, ja, als Muslim. Richtig. Und wenn du das nicht tust, so erwarte einen Tag, wo Allah, Azzawajal, dich im Stich lassen wird. Die Syrer brauchen keine Menachie, sie haben genug Männer. Es geht nicht darum. Ihnen fehlen aber die notwendigsten Sachen. Das ist die Sache. Und das, was ich dir sage, habe ich von mindestens über zehn Schujur gehört, die vertrauensverlusten. Okay? Sie brauchen tatsächlich alltägliche Dinge. Aber soll ich dir eins sagen? Die Kuffar, die Nicht-Muslime wollen nicht mal, dass wir unseren Geschwistern mit solchen Dingen helfen. Wallahi l'Abi, das ist die Wahrheit. Und das siehst du daran, dass die ganze Welt zuschaut, während in Syrien die Leute abgeschlachtet werden. Zack. Ich fordere alle heraus, sie sollen mir das Gegenbeispiel bringen. Subhanallah, wie schnell sie in Länder hereingehen, wo fünf Al-Qaida-Leute die Stadt tyrannisieren, terrorisieren. Ich finde, das stimmt sowieso. Ich glaube, diesen Leuten kein einziges Wort. Wer knallhart lügen kann, Wallahi, glaube ich, kein Wort. Auf jeden Fall. Sei es auch wahr. Da sind sie sehr schnell mit einem Beschluss. Sah? Der Beschluss ist am Tag da. Und die ganze internationale Gemeinschaft. Bursch. Al-Kalbul-Aswa. Abir. Abir. As-Bahani. Schau mal, Subhanallah. Hat er nicht damals gesagt, um die Armen und Giftgasanschlag 1500 Menschen? Als ob er diese Worte niemals gesprochen hat. Frage. Obama. Ja, nee. Er anfängt Obama. Barcafi. Auf jeden Fall. Was ich damit sagen möchte, bitte pass auf diese Worte auf. Sie machen einen Unterschied, ob jemand getötet wird durch konventionelle Waffen oder Giftgas. Frage. In beiden Fällen sind sie tot. Sollen wir so eine Diskussion führen, ob er durch konventionelle Waffen stirbt oder durch Giftgas? Sollen wir so eine Diskussion führen? Ist das nicht eine Beleidigung für die Menschen? Ich rede nicht, dass sie uns lieben sollen. Aber sie sollen ehrlich sein und sagen, sie lieben es, dabei zu sehen, wie die Muslime krepieren. Das sage ich mit erhobenem Haupen. Und ich weiß, was ich sage. Denn knapp 200.000 Menschen sind in Syrien umgekommen. Sollen sie mir ein Beispiel in der Geschichte zeigen, wo sie so etwas zugelassen haben. Sollen sie. Sollen sie. Warum helfen sie nicht? Ja, hier in Deutschland. Wenn eine Katze auf dem Baum ist, kommen fünf Feuerwehrwagen. Was machst du? Was werde ich machen? Wie gehst du hoch? Wie kommt eine Katze? Reden wir über Katzen in Syrien? Aber ich sage euch auch, ich will nicht die Hilfe von den Kuflern. Wir erfordern die Hilfe nur von Allah. Und das haben die Leute gelernt. Und Allah hat sie dazu erzogen. Und deswegen sage ich, was Sheikh Ibn Al-Famir sagte, er sagte, ich bin traurig. Ich bin nicht traurig über die Schuhada, die dort sterben, über die Märtyrer. Denn wenn diese Feinde kommen und sie töten, Allah wird sie, inshallah, als was akzeptieren? Als Märtyrer. Sie werden traurig über uns sein, bei dem, was sie bekommen werden. Allah-Ila-Ali. Und glaube nicht, dass wenn eine Bombe so einschlägt, dass dieses ein schmerzhafter Tod für ihn war. Der Prophet Mohammed S.A.W. sagte, wenn ein Schahid stirbt, dann fühlt er nur den Schmerz wie ein kleines Pikseln. Egal wie er spricht. Er sagt, die Sheikh Ibn Al-Famir, ich mache mir keine Sorgen über die Kinder oder die Frauen oder die Männer, die getötet werden. Allah, azzawajal, akzeptiert sie, inshallah, als Märtyrer. Aber ich mache mir Sorgen um die arabischen Führer. Wallahi, sie werden keine leichte Abrechnung bei Allah haben. Schaut mal, in Dubai 400 Millionen Euro für Knaller, damit sie ein größeres Fest feiern, als was die Kufay machen. Und für ihre Brüder haben sie nichts übrig. Nein, sogar, sie gehen nach Libanon, sie gehen nach Jordanien. Und sie nutzen die Situation der jungen Menschen, die dort in Camps wohnen, in Zelten sind. Er heiratet eine und sagt, ich will sie schützen. Der schläft mit ihr. Nach einer Woche schmeißt er sie weg. Nicht nur, dass er den Schmerz dieser Leute wieder ins Leben zurückruft, er erniedrigt sie auch. So sind unsere Araber. Möge Allah, azzawajal, uns bewahren. Aber Wallahi, diese Leute sollen wissen, sie können sich zehnmal Muslime nennen. Allah wird ihnen am Tage der Auferstehung sagen, ob sie Muslime waren oder nicht. Die Muslime verstehen diese Ayah nicht. Sie werden euch so lange bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegkriegen. Und Wallahi, das habe ich gesehen. Wisst ihr, was mit den Kindern gemacht wird in den Flüchtling Camps, wo die Syrer jetzt rausgekommen sind, wo jetzt die Syrer leben und vor allem die Kinder. Und ihr wisst, viele haben ihre Eltern verloren in diesem Krieg. Man hat ihnen alle Weihnachtsmützen angezogen. Und dann feiert man mit ihnen Weihnachten, dass sie lernen, was die richtige Religion ist. Missionieren, auf jeden Fall. Als die Leiterin gefragt wurde, warum tun sie das? Sie sagte, wir wollen den Kindern die vergangenen Ereignisse vergessen lassen. Und deswegen machen wir das für sie. MashaAllah. Ich wusste nicht, dass ihr so großzügig seid. Dazu müsst ihr, okay, wenn ihr das im Ernst meint, warum nicht zu unseren muslimischen Festen macht ihr das mit ihnen? Warum nicht zu Eid al-Fitr oder Eid al-Adha machen sie das mit ihnen, damit sie ihre... Aber nein, sie wollen, dass diese Kinder was werden? Aber sie werden das nicht werden. Bei Eid al-Adha. Wallahi liebt uns. Bei Eid al-Adha. Das ist die Wahrheit. Möge Allah azawajal uns bewahren. Und Alhamdulillah, alles was ich sage, kann ich belegen und beweisen. Aber was die Lügner sagen, Wallahi, sie haben keinen Beweis dafür. Und auf einmal, die ganze Menschheit hat sich aufgeregt, 1500 Leute mit Giftgasanschlägen getötet. Ich meine, was ist mit den 180.000 zu diesem Zeitpunkt gewesen? Sind sie nicht getötet worden? Oder spielt das jetzt wirklich eine neue Rolle, ob es eine ABC-Waffe war oder eine tonnenschwere Bombe? Bei Menschen ja. Stimmt? Ja oder nicht? Wurden so viele Menschen in Syrien getötet? Guckt mal, ich will euch nur sagen. In Ägypten. In Ägypten. 85 Jahre gab es die Ikhwan. 85 Jahre. Und sie wurden niemals als Terrororganisation eingestuft. Bitte nicht, ich werde euch verstehen. Ich bin nicht Freunde von ihnen. Ich will euch nur aber Fakten sagen. Plötzlich. Plötzlich kommt ein verbrecherisches Regime und sie löschen den Islam aus. Wie ich euch das sage. Subhanallah al-Arim. Und sie sagen, die Ikhwan wären Terroristen. Sie setzen sie auf die Seite der Terroristen. Und noch mehr. Mädchen, die 12 oder 13 Jahre alt sind und an Devos teilgenommen haben. Sie haben jetzt 12 oder 13 Jahre Gefängnis bekommen. Na, Frage, wo schreiben die deutschen Medien darüber? Und wichtig. Aber wenn einer etwas tut, bumm, dann weiß es danach die ganze Welt. Aber warum es zum Bumm gekommen ist, interessiert niemanden. Wie in Russland, sie löschen die gesamten Muslime aus und dann heißt es, schau mal, die haben einen Anschlag im Bus gemacht. Wir verurteilen Anschläge auf unschuldige Menschen ohne Zweifel. Und das ist nicht vom Islam. Aber die sollen mal eine Diskussion führen, warum diese Leute Bumm machen. So? 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 Sollen sie mit uns diese Diskussion führen. Wie weit diese Menschen erniedrigt wurden, Schmerzen ertragen haben. Denkt ihr, das macht ein Mensch irgendwie sich in die Luft schwingt? Dass er überhaupt in so eine Situation hereingekommen ist. Sollen sie uns mal dieses erklären. Möchten wir gerne von ihm erklärt bekommen. Allbright, Al-Buma, diese hässliche Eude, für Allah, was sie verdienen. Sie wurde öffentlich gefragt. Und ich habe das in einem Video reingemacht, damit die Leute das auch glauben. Aber wir sind Muslime, wir sind Lügner. So ist die Sache. Man sagt, das sind Verschwörungstheorien. Wir wollen euch eine Verschwörungstheorie mit Video und Allbright demonstrieren. Sie wurde gefragt im Irakkrieg. Den ersten 500.000 Kinder sind umgekommen bei dem Irakkrieg. Und ihr wisst, bis heute hat man was nicht gewonnen. Massenvernichtungswaffen. Hat man sich entschuldigt? Ja oder nein? Die suchen wir. Genau. Und da war einer, schaut mal auf welcher Basis das entstanden ist. Einer, der hat gesagt, es gibt hier Massenvernichtungswaffen. Dann hat er mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet. Diese Informationen wurden nach Amerika weitergegeben. Aufgrund dieser Grundlage haben sie den Krieg geführt. 500.000 Kinder wurden getötet bei dem Krieg, sagte man zu Allbright, die damals Vize, die damals Außenministerin gewesen ist. Sie sagte, wir wissen, das ist eine hohe Zahl, aber der Preis ist es wert. Hat jemand zu ihr Hasspredigerin gesagt? Oder Terroristin? Habibi, du bist ein Miskin. Wallahi, du bist ein Armer und ich bemitleide dich, weil du nicht an die Worte Allahs glaubst. Sie werden euch so lange bekämpfen, bis ihr euch tötet? Nein, bis ihr euch von eurer Religion wegbringt. Wer sagt das? Allah. Und diese Worte kann uns niemand aus dem Herzen reißen, denn das sind die wahrhaftigsten Worte, die es gibt. Möge Allah uns nur den wahrhaftigen Glauben lassen. Nein. Ich habe eine Frage zu dem Vortragsthema. Und zwar, du hast gesagt, dass man kann nicht die dunya und akhirat gleichzeitig wollen. Das geht nicht. Nein. Und es gibt aber eine Ruah, die heißt, der Bruder sagte wir haben doch im Vortrag gesagt man kann nicht die Dunja bedeutet das Nichts und das Jenseits fordern, man muss sich doch für eine Sache entscheiden, aber in einer in einem Dua, was der Prophet gesagt hat und das er auch im Koran verzeichnet, oh Allah gebe uns in der Dunja Gutes und in der Akhira Gutes das was wir in der Dunja Gutes machen ist für unsere warum ok, ich will dir ein Beispiel sagen damit du es klar verstehst du spendest Geld für einen Abend warum hast du das gemacht du bekommst ein Kind wie wirst du dein Kind erzielen? nach dem Islam ja oder ok Kinder sind doch Dunja aber wie willst du dein Kind aufwachsen lassen? nach dem Islam das bedeutet die Dinge die du in der Dunja hast besitzt, nutzt nutzt du für deine Akhira warum sagen wir jede Liebe in dieser Welt sollte für wen sein? für Allah Frage du liebst dein Geld beispielsweise nimm wir an du hast 50.000 Euro wenn du 50.000 Euro besitzt musst du dafür Zakat bezahlen ja oder nein wenn es ein Jahr gelegen hat ok wirst du sie bezahlen für Allah obwohl du dein Geld liebst das heißt liebst du dein Geld mehr als Allah nein sonst hättest du es nicht bezahlen aber gibt es Leute der sagt nein das ist für mich damit kaufe ich Fisch der gibt nichts aus der liebt das Geld mehr als Allah eine Frau eine Frau du bist mit ihr verheiratet Muslima dann sagt sie ich verlasse die Religion bleibst du mit ihr trotzdem verheiratet? ja oder nein warum verlässt du sie? weil du nicht mehr jetzt mit ihr verheiratet sein darfst dann war das für Allah das heißt auch die Dunja die wir haben nutzen gebrauchen ist im Sinne von Allah das heißt nicht dass es keine Genüsse für die Muslime in der Dunja gibt natürlich wir können auch lecker essen und lecker trinken aber kannst du ein leckeres Schweinekross essen? nein aber Kokos oder Entekross oder was auch immer du im Garten hier draußen findest kein Problem eine hat gefragt ich glaube das war eine Konvertierte sie sagte wenn ich im Paradies bin kann ich da mal so ein richtig Schweinekross gebacken also es ist klar es fällt manchen Leuten schwer ich meine die Leute die damit aufgewachsen sind und das gegessen haben ist klar es fällt ihnen schwer aber nichts ist schwer wenn Allah es dir leicht macht und alles ist schwer wenn Allah es dir schreibt na? Allahuteala Schef vergibt mir die Nachfrage aber ich wusste dass ich es genau kein Problem es ist mir schon klar dass wenn ich sage Rabbana Ertene für die Dunja Hassanat dass ich damit die Dinge meine die erlaubt sind also jetzt kein Braten oder so sondern die ich sage halt diese Dua mit meiner Absicht für die guten Dinge im Leben ein gutes Haus eine gute Frau ein schönes Auto also sage ich das mit der falschen Absicht nein die haben eine Bedeutung diese Worte wo Allah gibt uns in der Dunja Hassanat bedeutet was das ist 皆さん , du hast du , was, was, war, ist Wahnsinn sie Eddy Hassanat le desse Her이가 schw vêta sag. Ich habe in letzter Zeit gehört, es gibt ein Land, wo der Islam komplett verboten wird. Ja, Angola. Ist es wahr? Ja, das ist wahr. Was ist da genau passiert? Also der Bruder fragt nach dem Land, Angola, wo der Islam vollständig verbunden wurde. Was ist da passiert? Passierte Sache, dass es dort Muslime gibt, die ihre Religion praktizieren wollen und man lässt sie nicht. Das ist passiert. Und was heißt für uns noch? Das reicht. Du brauchst keinen Grund dafür. Ich habe dir gesagt, was Allah Azza wa Jalla im Koran sagt. Was hast du dir gesagt? Ich meine, glaubst du jetzt wirklich, in Deutschland möchte man den wahren Islam? Nein, absolut nicht. Das ist die Sache. Ich will dir nur sagen, das ist auf der ganzen Welt so. Das ist überall so. Das heißt, das ist nicht ein Phänomen, was beschränkt ist auf ein bestimmtes Gebet. Nochmal bitte. Es gibt Leute, die planen von morgens bis abends, wie sie den Islam vernichten können. Das sind ein Teil der Leute. Es gibt Leute, die sind neutral dem Islam. Ist Angola eine Demokratie? Wenn es wirklich eine Demokratie wäre, nach ihrem Verständnis, dann müsste es eine Religionsfreiheit geben. Genau hier dasselbe. Man sagt uns ja auch Demokratie, Religionsfreiheit. Aber wenn du für deine Religion einstehst und wenn du deine Religion liebst und sie richtig praktizieren möchtest, dann siehst du, inwiefern diese Demokratie zum Tragen kommt. So? Das ist die Sache. Ich will dir nur ein Beispiel geben. Unsere Mädchen, die wollen nicht schwimmen im Schwimmbad. Eine Frage, über wie viele Mädchen reden wir hier? Vielleicht über eine kleine Anzahl. So? Über eine kleine Anzahl. Nicht mal ein Prozent von der gesamten Bevölkerung. Frage, was hat das Gericht entschieden? Sie müssen zum Schwimmbad. Ist das Religionsfreiheit? Würden Sie sowas mit den Juden machen? Frage. Nein. Als das Urteil war über das Beschneidungsverbot, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ach, ich sage dir eine Sache. Wäre es für die Muslime, wäre das Verbot geblieben. Aber wegen wen haben sie es geändert? Wegen den Juden. Schau mal, subhanallah. Die ganze Zeit haben sie gesagt, es muss verboten werden. Weil das ist ein körperlicher Eingriff. Und es kann zur Verstümmelung kommen. Ich weiß nicht, wie die sich ein Ohrring durchs Ohr jagen. Aber es entsteht da auch so eine kleine Verstümmelung. In jedem Fall. Schau mal, subhanallah. Die ganze Zeit war das Urteil so. Bis einer gesprochen hat, dessen Worte gewichtig waren von den Juden. Er sagte, hör mal seine Worte. Und das finde ich traurig, dass die Juden so etwas können. Und wir nicht. Er sagte, wenn das Beschneidigungsurteil in diesem Sinne bleibt, dann ist jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr möglich. Lies zwischen den Zeilen. Dann gehen wir mit unserem Geld raus. Am nächsten Tag kam unsere wunderschöne Bundeskanzlerin. Ich möchte nicht zu denjenigen gehören, die dazu beitragen, dass jüdisches Leben in Deutschland möglich ist. Hast du auch so etwas über die Muslime gesagt? Frage. Hat sie ein Wort über die Muslime erwähnt? Nein. Aber leider, ihr versteht immer noch nicht, wann werdet ihr endlich an den Koran glauben. Wegen wem haben sie das Beschneidigungsurteil aufgehoben? Wegen den Juden. Was ist die Sache? Nicht, dass man mich falsch versteht. Das ist kein Ärzte gegen die Juden. Das ist eine Schmach für die Leute, die sagen, sie hängen an der Demokratie fest. Wallahi, sie sind Lügner. Die größte Lüge. Denn wenn sie wirklich religionsfrei... Okay, inwiefern wird jetzt ein beschnittener Muslim sie in irgendeiner Weise Schaden zufühlen? Ihnen in irgendeiner Weise Schaden zufühlen? Inwiefern? Wird ein beschnittener Muslim ihnen Schaden zufühlen? Später. Ich möchte glauben, das ist nicht. Ich verstehe das nicht. Deswegen, Afrika, wäre es für uns, hätte sie das Gesetz nicht aufgehoben. Seid ihr sicher. Deswegen. Aber guck mal. Wir sind nicht Leute, die sagen, das und das und das. Wir wissen alles, was passiert, womit Allah uns prüft, haben wir uns nur selbst zu verdanken. Wären wir wahrhaftige Gläubige, müssten wir diese Erniedrigung nicht ertragen. Aber schau mal, die Nicht-Muslime behandeln die Muslime teilweise besser in ihren Ländern als die eigenen Muslime. Und das ist Fakt. Egal, lass mal jetzt aus welchem Grund. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und diese Erniedrigung ist nur, weil wir unsere Religion gelassen haben. Und Allah wird uns beide Erniedrig lassen, bis wir zur Religion zurücklegen. Und wenn ihr die Kühe an den Schwänzen packt und ihr seid zufrieden mit der Ernte. Das bedeutet, ihr kümmert euch um die Dunya mehr als um die Akhirah. Passiert. Und ihr unterlässt den Jihad. Passiert. So wird Allah über euch eine Erniedrigung herbeibringen. Passiert. Und sie wird nicht erweck gehen, diese Erniedrigung, bis ihr zur Religion zurückkehrt. Passiert. Nicht passiert. Alles, was passiert, haben wir uns selbst federn. Ja, inshallah. Haben wir. Nein. Okay. Wer hat noch alles eine Frage, damit wir die Zahl einschränken? Welche Person ist ein Fasig? Bitte? Welche Person ist ein Fasig? Und wie ist es, wenn ein gläubiger Muslim rechtschaffende Taten tut, aber öffentlich auch große Sünden macht und auch seine Kinder zum Beispiel zu Zinsen aufruft? Kommen wir erstmal die erste Frage. Welche Person ist ein Fasig? Wir unterscheiden zwischen dem großen Fisk und dem kleinen Fisk. Fisk bedeutet erstmal Frebel. Das sind schlimme Sünden. Es gibt Leute, Allah Azza wa Jal hat sie als Fasigun bezeichnet und sie sind Heuschler oder Kuffar. Oder Allah hat andere als Fasigun bezeichnet, sie sind Muslime. Zum Beispiel diejenigen, die eine ehrbare Frau die Sünder vorwerfen. Allah hat sie was bezeichnet als Fasigun. Sind sie Kuffar? Nein. Nein. Das heißt, es gibt großen Fisk und kleinen Fisk. Okay? Ein Muslim kann trotzdem ein Mu'min sein, selbst wenn er kleinen Fisk in seiner Aqida hat. Auf wo? Und dasselbe mit Kuffar, dasselbe mit Zuln, dasselbe mit Schirk. Klein. Na, zweite Frage. Sie hat sich eigentlich schon ergeben, aber wenn ein Muslim also Rechtschaffender Taten tut, Gebet und alles und trotzdem öffentlich eine große Sünde macht, zum Beispiel Zinsen nehmen, auch zugibt und auch die Kinder dazu aufruft. Sollen wir ihn dann als Fasig sehen oder als Rechtschaffender sehen? Wann bezeichnen wir eine Person als Fasig? Natürlich, passt auf, diese Begriffe, Kaffir, Munafir, Fasig, Zhalim, das sind Urteile in der Religion. Und man darf das nicht einfach so über einen Muslim ergehen lassen. Sheikh Al-Islam, Rahmatullah Ali, er sagte, die Leute, die mich begleitet haben, während meiner Zeit, wo ich unterrichtet habe, sie wissen, dass ich der Entfernteste von allen bin, wenn es darum geht, jemanden als Kaffir oder als Fasig oder als anderes zu bezeichnen, weil das Urteilen ist. Aber Fakt ist, es gibt Leute, die sind Fasigur. Und es ist keine Reba, hier über sie zu reden, wenn du siehst, dass ein Muslim, der sich Muslim nennt, aber er betet nicht und er fastet nicht und er macht das Schlechte und er wurde darauf aufmerksam gemacht und macht da weiter, wenn man über diese Person auch redet, das ist keine Reba. Deine Absicht ist das Entscheidende. Redest du über ihn, weil du ihn als Person schlecht machst, das ist lieber. Redest du aber um seine Taten, den Muslimen deutlich zu machen, damit sie davon Abstand halten, das ist keine Reba. Mal froh? Nein? Verrückt. Letzte Frage. Folgendes. Ach, ich habe eine Frage, und zwar geht zum Folgendes, und zwar in der Kusslundmacht. Wie schaut es aus, wenn man früher zum Beispiel einen Ohrigen hatte als Junge? Muss man da durchstechen, durch diese Löcher, oder wenn die jetzt dann getrocknet sind, einfach drüberwischen, oder? Wie läuft das auch? Ich frage das letztes Mal einfach mal so hoch, und dann... Nein. Wenn einer damals einen Ohrigen getragen hat... Ein Mann, ja? Ein Mann? Ein Mann. Ein Männchen. Michael. Also, bei uns ist es ungewöhnlich, weil ein Mann das eigentlich nicht macht, weil das eigentlich Schmuck von der Frau ist, der hat normalerweise Ohrringe, das ist Schmuck der Frau, normalerweise, ja. Aber auch manche heute, Subhanallah, dieses Piercing, so Nase und so, ich meine, das macht man eigentlich in Syrien mit den Stieren, kennt ihr das, die, die Stiere und so, aber heutzutage ist alles möglich. Du siehst einen, Subhanallah, tausend Piercing, sein Gesicht sieht aus, wie ein Werkzeugtast. Auf jeden Fall, wenn jemand so etwas gemacht hat, wie sieht das aus? Der Russel, bei der Gesamtwaschung, muss das Wasser an alle Stellen gelangen. Und das ist ausreichend. Mehr nicht. Das bedeutet aber, wenn er jetzt zum Beispiel einen Ring hat, kein Ehring, sondern ein Ring, dann bewegt er ihn, damit das Wasser durchkommt. Inshallah. Mal froh? Ja. Es war für uns wieder eine große Ehre, dass wir euch besuchen durften. Möge Allah uns weitere Male ermöglichen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Hey, da. Sie sehen, es sind. Entschuldigung. Aufruf. 进is. Vielen Dank für's Zuschauen!